Hey Leute und willkommen zu diesem SFS Video. In dieser Staffel werden wir die ISS bauen. Heute werde ich die ersten beiden Teile, einmal Zoria und Sylvester, in den Orbit der ISS bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das ist Zoria und jetzt bringen wir sie in einen Earth Orbit. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.